Die kann vergiften. Nützt nicht mehr. Oder drück mal Tab. Tab auf Tab kannst du's auch gucken was deine Waffen können. Sense... Diese Sense ist schrecklich verflucht. Sie zerreißt den Opfer die Haut auf eine miese Art und Weise. Lebensresistenz und aktive Fähigkeit Giftspray. Ach du kannst jetzt nicht mehr geheilt werden oder was? Cool. Du da oben stehen Leute. Uah. Hehehe. Auch schon wieder so ein blöder Magier. Also ich komme ja mit allen Gegnern klar. Nur mit diesen Magiern habe ich irgendwie meine Probleme. Ja. Danku. Boah. Alter. Okay ähm versuchen wir mal das hier. Naja der... Hm auch nicht. Verwirrung scheint bei dem nicht viel zu bringen habe ich das Gefühl. Okay was haben wir sonst noch? Ach. Ja ich vergaß. Ups. Achja. Da war ja was. Was kann der... Ach das ist so ein Stabs nicht auch. Oh ein Checkpoint. Ach. Wolltest du mich gerade abschießen? Nein ich wollte nur das Ding ausprobieren. Jaja. Gibt's hier was? Nö. Mops Geschwindigkeit. Ah. 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 Halt. Stopp. Ich will doch gar nicht. Oh Gott. Halt. Nein. Ach. Okay. Warte das ist ganz einfach. Ach auftauen? Ja klar. Denken können. Halt. Hehehe. Ach komm schon. Noch mehr. Ups. Nicht gut. Ja. Okay. Ich laufe. Hehehe. Ja. Nein. Hilfe. Nein. Nicht gut. Bin ertrunken. Schuss. Ja. Hehehe. das ganze nach unten da war auch nicht sicher ganz sicher überredet ja dann gibt es ja wohl nix da kommt man da links da hier hoch hier kann man hoch doch oder das war ja sowas guck mal da liegt ein schwert konter streichmesser was kann das schnell erhöht bildungsgeschwindigkeit ok jetzt läufst du jetzt dauerhaft so schnell ja kannst du jetzt noch das ding an machen dazu alter ja nur dass ich nicht mehr hinterher komme vor allem weil du ein messer in der hand hast rennst du gleich doppelt so schnell ich klar wir werden abgeschossen nein darunter jetzt müssen wir da unten lang ich weiß nicht ob das unbedingt besser ist mit stein oder mit dem donner schlag geht's gut qfasa qfasa nein nicht auf mich nicht auf mich und dann halt die leertaste ja hier geht es nicht weiter gewitter da hoch ja später gibt es auch so ein gewitter zauber nein war ich zu schnell oder was ja ok na komm ok jetzt müssen wir uns irgendwie um den typ da kümmern da oben stehen sie pam das hat doch wunderbar funktioniert ja schweinchenfarben da wuhh wegen meinem pinken bademantel jaha schweinchenfarben was auch immer schon gleich geröstet ja ich sag ja das ist der allercoolste Zauber überhaupt damit machst du echt alles das einzige was damit nicht geht ist später wenn man gegen den Drachen kämpft ist man in der Höhle da kann man die Dinger nicht einsetzen warte lass uns mal da unten lang gehen nochmal vielleicht ist da was cooles ich guck mal ach ne hier muss man erst den Hebel ziehen ah wir werden beschossen juhu jetzt krieg ich die NG nein so fangen wir gar nicht erst an Aua Ups ja ja da oben geht's auch nicht weiter da müssen wir dann den anderen Weg nehmen oh der Stab da ist geil ein Qualstab nein der Stab macht einen Blitz Aua so ungefähr wenn ich jetzt meinen MG nicht mehr wieder finde ne Freundchen ernsthaft da ist schon mal dein Stab da Glück gehabt wie kommt denn das da her ach ja komische Goblins mit dieser Rüstung ist man so ewig langsam mit diesem Rüstung ist man so ewig langsam mit diesem Rüstung ist man so ewig schnell ich bin deutlich schneller da wird der Ganyas befreit da müssen wir uns mit dem Ganyas rumärgern und dann